Ihr fragt euch bestimmt, warum macht er das? Er hat wieder ein Kickers Trikot an. Er will wieder da hinfahren, sich ein Spiel angucken und dabei ein Stadion Video drehen. Wir haben doch alle mittlerweile gesehen, was passiert. Stadion Vlog und die Kickers gewinnen einfach nicht. Die haben nicht einmal gewonnen, während dieser Typ hier ein Stadion Vlog macht. Warum macht er das? Weil ich da total Bock drauf habe und es trotz allem dem mega, mega Spaß macht, diese Vlogs zu machen. Und deswegen sage ich jetzt herzlich willkommen zu einem neuen Stadion Video. Hessen Pokal Halbfinale Kickers Offenbach gegen den FSV Frankfurt. 20 Uhr Flutlicht Biberer Berg. Let's go! Ich nehme euch also wieder mit ins Stadion, mache mich gleich auf dem Weg dorthin und melde mich dann wieder, wenn ich vor Ort bin. Richtig nice, Mike Vettel ist wieder dabei. Aplausos 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 Wir sind ein Wettbewerb! Wir sind ein Wettbewerb! Wir sind ein Wettbewerb! Wir sind ein Wettbewerb! Jaaaa! Jaaaa! Weißte gut, weißte! 1-0! Wir haben die 6. Spielminute! Tor für den UFC! Erfolgreich! Mit der Nummer 3 und 33! Dillian! Vorsicht! Vorsicht! Wir haben einen neuen Spielstand! Kicker! 0! Ruil! Danke! Peter! Tor! 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 Es gibt wohl einen indirekten Freistoß im 16er. Rückpass und Endruf kratzt das Ding mit der Hand von der Linie. Alter, krass! Tor! Tor! Was für eine Position! Elf Spieler auf der Linie! Der Baller ist in Bracet! Nein! Nein! Oh je! Oh je! Oh je! Jawoll! So weiter geht's mit dem zweiten Durchgang. Ihr habt es gesehen! Alter, ich will es nicht passieren! Er ist in der Hälfte aus dem Tor und dieser indirekte Freistoß aus Elfmetern! Auf geht's! Aficionale mit euch! wer ist mit der Zelte auf dem Tor und dieser Knecht? Jaa! Jahann不会 sehr gut fl invoice... Jaaa! 2-0 nach 2 Minuten der 2,5-zeit. Tor für den UFC. Erfolgreich der Torschütze mit der Nummer 27. Reiten Pass! Reiten Pass! Reiten Pass! Reiten Pass! Damit haben wir einen neuen Spielstand. Kriegerts! 2! Frankfurt! 0! Danke! Bitte! Geh, 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 geh! Nein! Schiech, schiech, schiech! Nein! Wie können wir den da nicht schmacken? Das gibt's doch nicht! Nein! Nein! Ja! Ja! Ja, Mann! Wohl wieder! Wieder an der Erstaktion! Auf der Weg! Auf der Weg! Das gibt's doch nicht! Ja! Ja! Das ist doch nicht! Ja! 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 3-0! Ja! 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 Rosina! 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 Kicker! Drei! Null! Bitte! Ihr könnt nach Hause fahren! Ihr könnt nach Hause fahren! Ihr könnt nach Hause fahren! Mike Vetter macht seinen Comeback! Letzter der UNT! Der Frank-Nunster aus dem Masin, Gabriel Legasir! Und mit der Kürze neu auf dem Feld! Und zu dem 8! Mike Vetter! Der Frank-Nunster aus dem Feld! Der Frank-Nunster aus dem Feld! Der Frank-Nunster aus dem Feld! Ja! Der Frank-Nunster aus dem Feld! Der Frank-Nunster aus dem Feld! Der Frank-Nunster aus dem Feld! Erfolgreich war unsere Nummer 30! Paul! Wetter! 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 Der Frank-Nunster aus dem Feld! Der Frank-Nunster aus dem Feld! Der Frank-Nunster aus dem Feld! 055 Dannon kann ohne levarziehen! Oh, Schatten ist der Stieg. Oh, Schatten ist der Stieg. Jaaa! Oh nein! Spielverderber! Es gibt Elfmeter! Juhu! Ok, Firat wird schießen. Neunzigste Minute, aufs Werk an, mach ihn, komm! Jawoll! So, das war's! Der Flug ist gebrochen! 4 zu 0! Ja, schade, dass Säck hat den Elfer nicht gemacht, aber egal, doof geschissen! Finale! Ich rauf! Ich rauf! Ich rauf! Das royst, ч 3000 Wonderebebeben, hier, das war's. Schöne, Schöne! Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal.